Das Huhn! Links! Genau! Hallo! Hallo! Oh! Das ist der kleine Spucki. Hat aber erst mal ins Auto gespuckt. Das ist der kleine Spucki. Ist so ein kleiner Spucki? Das ist der kleine Spucki. Mittlere Box. Das war die rechte, der rechte. Da ist er, ja. Was dann gut wäre, wenn wir so ein bisschen zurückgehen ... Bist ja schwergefreundet. Hi, mein Schatz. Awww. Da müssen wir gucken, weil er nicht schon was Behörde hatte. Da müssen wir durch den Schulranden und da lieber noch was ... Nicht mehr erzählen, weil ich finde, das muss man aber noch was mit demjenigen erzählen, der ... Wer kriegt dieses kleine, entzückende Wesen hier? Ihr? Hier, alle. Oh, der ist ja süß, doch. Aber ich kann dich nicht mit ihm vorstellen, oder? Uhhh. Hi, mein Schatz. Aber auch ganz gut. Geht's? Grüße, Grüße, Grüße. Hallo. Hey. Hallo. Oh, was süß. Äh. Bin die Kalente für Emma? Wer kriegt denn so ein ... Was hier? Woher sollte ich das wissen, dass wir in der Frau gerade ... Emma. Doch. Alles klar, dass das Großgeschirr das Große zum Bruchstern hat. Das ist Flo. Ja, dann einmal. Hallo Flo. Du gehst zu Tienchen, hast du? Okay. Wenn du kannst, ein nach dem anderen. Ich geh aus. Vegas. Hallo. Da ist aber auch lecker, ne? Das ist total. Da ist aber auch lecker, ne? Du fängst jetzt an zu fotografieren, ne? Ich mache es schon die ganze Zeit. Oh, das war die grüne Wand. Den habe ich schon. Das schmeckt gut, ne? Ist das lecker. Das ist doch ein bisschen groß geschnitten, was? Den hättest du auch. Ach, nein. Die süße, ne? Und es zittert so gerade. Ja, ja. So. Emma, kannst du nicht vorstellen? Ich habe auch. Ja, das ist ja schön. Ich denke, du hättest alle in den Lachen. Ja, das ist doch toll. Ja, das ist doch toll. Ja, das ist doch toll. Oh, Entschuldigung. Nee, mach nichts. Die andere Wurst, glaube ich, auch ganz nett. Na? Hey, Süße. Da wird über einen guten Tag gewalt. Über einen guten Tag. Ja. Ja. Bist du jetzt schon? Ja? Ja. Ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja. Das ist doch. Ach so, die ist beschert. Nee, jetzt läuft nicht so. Zum Glück sind die nicht neugierig, ne? Hallo. Hallo. Ja, Tag auf. Bitte, Schwede. Ja, viel Spaß mit dir. Ja, also. das ist ja gut. Ja, das muss ich jetzt tun. Ne? Ja. Okay, dann kann ich ja erstmal alles tun. Ich mache mir Futter. Ja. Ja. Ja, das ist sehr schön. Ja. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.